ja klar auch mal eine raketen seite in meine presse rein problem ob er fährt ist tot weil ich bin da ja ich bin auch mit dem letzten platz zufrieden persönlich schwer schwer auch gespielt als ja da müssen wir nicht reden mit mich nicht auch nur alle gespielt herausforderungen teamplayer gut gut radiert sie aus als schwerer truppler anfangen kann man machen muss man nicht ich mag jetzt einfach mein schnelles spiel auf endo die nacht auf endo überleben als imperialer sturmtruppler dürfte es dank überlegen der ausrüstung und zahlmäßiger überlegenheit kein problem sein ja also schon mal die filme gekocht sturmtruppler sind nicht überlegen okay das kann man auch vergessen es werden anscheinend wirklich nur die missionen spiel was ist da los ist ja merkwürdig also klar wundert mich jetzt nicht der geil spielen ist immer gut jetzt nur der hase kaku der tat kudana hauptsache kaku vor allem mc von 8 meck von 80 stelle zerstörer und schätzen zu tun wenn sie ihm mit 4 nämlich die mit 4 der kuhl aufmann die mag ich ja weil doch weder nur nicht droht diese cool wie ich glaube schon mal gesagt habe ich finde so cool das ist einfach als gehen wo man sagt okay wir haben den und den und die und die franchise gruppen und das ist doch einfach mal ein paar alien als krieger machen die hat kein screen time haben das finde ich heiß wir werden den angriff der ersten ordnung mit allen mitteln zurückschlagen macht euch bereit ja man kollegisch meine polis wir werden hier an diesen positionen die stellung halten gibt keine einzige davon auf okay da habe ich schon jemanden gesehen oh gott ich habe den schutzschild leider besser aktiviert als du ah kacke jetzt habe ich es verpasst ich leichte feuer schutz feuer schutz ah technik hat karal voll ah Du bist so ein Darth Maul-Typi. Oh nice. Wir sollen hier verteidigen, ne? Okay. Kommandeure, die werden ja wieder locker fettig. Weiß das nicht, wir geben auf? Wenn wir taktisch zurückziehen, ist das ja taktisch aufgeben, oder nicht? Freunde, ich bin da. Ich hab mein Pausenbrot vergessen. Wir werden uns ab sofort hier verteidigen. Ich hab keine Wurz. Die erste Ordnung wird nicht noch einmal gewinnen. Au. Ja, Föller. Pellpeti, die da, mich hat niemand, mir hat niemand, der Fakt ist das. Nämlich. Wie hat niemand gesagt, dass Pellpeti gesporen ist, ja? Oh Gott. Was kann der? Oh, was kann der? Spargel. Oh, der so rein hat. Nein, könnte das ja voll geil gewesen. Okay, so far. Nein, halten. Oh Gott. Komm mal reinhalten. Oh Gott. Komm auch reinhalten. Ja, klar. Egal. Probier ich nochmal aus. Irgendjemand kann irgendwas in Brand setzen. Molotow Cocktails mäßig. Ich check den Charakter nicht, ne? Bleib bei schwer jetzt, so. Das ist schön, dass es ganz, ich kann es nicht, ich kann da irgendwie mit Granaten und so schießen. Aber das schafften sie nicht nochmal. Oh, das glaube ich nicht. Hä? Häh? Halt! Ich und mein Schola, ne? Das ist so ne Hassliebe. Da auch wieder vorzulaufen. Dem lag. Na komm! Käpt'n fasst meines Gesichts immer. Ne, ne. Äh. Sanel, a la. Da hört die Tür auf. Oh, da hat ja niemand. Taktisch klug, Freunde. Dann hier raus, ja. Oh, da war mein Chill kaputt. Das hab ich nicht realisiert. Wir haben eine letzte Chance, das hier zu gewinnen. Warte auf neue Befehle. Moment. Finn, Ray. Hey. Ah, verdammt. Na, mach ich Finn, aller. Bereit oder nicht? Jetzt kommt Finn. Jetzt kommt Finn, Mann. Scheiße, Mann. Mann, Wetter. Mann, Wetter. Mann, Wetter. Mann, Wetter. Mann, Wetter. Mann, poets. Mann. Mann, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie man Finn spielt, by the way. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Denk nicht daran, wie viele es sind. Weiter feuern! Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir zermürben sie! Ja, zäh. Das müsste reißen. Das ist ja doch noch mal nur glaubst, wir zermürgen die, gar kein Problem. Oh Gott! Ich bin ziemlich sicher, wir werden euch besiegen. Okay. Wie viel wird das? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und wir controlleten. Oh, ja, wir müssen uns so alleineチenieren. Das muss rein, ja, 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 ja. da war der nubbel naja der nubbel ist tot oh gott das weder nee ray blablabla da hat bbl recht ja natürlich und ich auch gerade sagen kein problem ok mit ray war ich diesmal nur dritter leider 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 schade oder kauten das ist die das habe ich schon das haben wir haben wir haben mehr modis gibt es nicht als als multiplayer so merkwürdig ja ich würde mal sagen das war es tatsächlich schon mit star wars battlefront 2 wenn auch interesse besteht mal kämpfe dich durch die kampagne dach bescheid wir werden jetzt erstmal das spiel wechseln